So Leute, dann folgen wir mal Machiavelli zu unseren Verbündeten. Ja, ich glaube Verbündete waren es. Also, ähm, ne? Oi, 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 oi. Rechts vor links. Wir haben Vorfahrt. Acquedotto Claud... Ach, das weiß ich. Nicht drauf geachtet. Ich sehe nichts auf dem Radar. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen, aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Den, die Tunnelbetriebe? Ja, wo mache ich? Mhm. So. Versteck Tiberinsel. Wirklich zu diesem Ort reisen? Äh, ja. Datenbank, ja, ja, bla bla bla. Ben trovato, Niccolo. Ah, Ser Ezio. Welch Ehre. Fabio Orsini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene, dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Rumania. Noch Kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Katharina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie, aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Oh Gott. Wird es aber was werden? Römischer Untergrund. 100%... Oh ja, Baby! Sequenz 2 beendet. Mensch, das ist ja ein Wahnsinn. Können wir denn jetzt mal ein bisschen mehr uns in der Stadt umgucken? Das wäre total Bombe. Erfolge. Rom in Ruinen. Aha. Der Krieger, der Diebhaber und der Dieb. Sequenz 3. Fabio Orsini. Ancon... Ja. Alles klar. Was ist denn zu verbessern oder einen Armbus zu kaufen? Äh... Ja. Ja, Moment. Moment. Ich bin auch... Also ich bin fast schon da. Ganz kleinen Moment. Ähm... Schmied... Ach, der ist jetzt hier hinten auch noch. Na ja, gut. Aber wenn uns das vorgeschlagen wird, dann müssen wir das natürlich machen, ne? Das wäre wahrscheinlich besser. Ich mach das einfach mal. Scheiße, schwimmen wollt ihr eigentlich nicht? Was ist aber wirklich mal dreist. Mal sehen, was der gute Schmied... Schmied... Also was der Schmied so anzuwenden hat. So eine Scheiß, da kommt ihr hoch. Fuck. Äh... Halt. Ich laufe falsch. Oh Gott, ich will ihn. Waaat? Wollte mal ein bisschen, ja... Zur Seite gehen, ne? Ist echt ein wichtiges Termin, was ich hier habe, ne? Ach, hier ist zum Beispiel auch so ein Tunnel für die Schnellreise. Okay. Okay, okay, okay. Eiknopf-Bescheid. So, äh, Banko. Für 900. Ja gut, ich weiß jetzt ja nicht, was die, äh, Armbus kostet. Ähm, wenn ich, ich... Moment, ich komm, wenn da ich will, ja. Moment. Uno momento, bitte. Diese Gegenverkehr hier, es ist ja... Gefällt mir überhaupt nicht. So. Kommt, Freunde. Mahlzeit. So. Erstmal reparieren. Jawohl. Das freut mich sehr. Rüstung. Römische Stiefel. Ja, komm. Römisches Lärmschwert. Erfordert die schwere Schwertscheide vom Schneider. Okay. Den Geschäftsauftrag beenden, um den Gegenstand freizuschalten. Mhm. Okay. Äh, 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 äh. 12.800. Sicher? Gegenstände verkaufen. Für eine Tomate 150 Florin? Egal. Nehme ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas Besonderes bringt, beziehungsweise werden wir die jetzt auch im Inventar behalten. Aber das, also das Selbstverständlich habe ich keine schlechte Idee. So. Ja, die Schmiede hatten wir schon im Dingens drin. Ich wollte eigentlich eher auf eine Karte. Dankeschön. Sehr freindlich. So, wir haben jetzt drei neue Missionen. Und wie ich das gerade sehe, auch schon wieder zwei von den Verstecken von Romulus. Es tut mir leid. Aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Also, das Türmchen ist da vorne. Ja, das sehe ich ja. Und irgendwie muss man da oben ja raufkommen. Es geht ja gar nicht anders. Das ist die Kiste. Danke. Oh, einmal Elfenbein. Jo. Pfeile um, sonst kriege ich Fußpilz. Oh, ja, wunderbar. So. Ähm. Das Beste wäre eigentlich, wenn wir hier oben in die zweite Reihe rankommen. Und dann hier auf die Außenseite. Also hier, wo ich jetzt gerade bin. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier von in diesem Dings aus gibt es nur noch am Bein hier. Was ist denn das hier heute? Das gibt es ja noch gar nicht. Oder geht das so? Das klappt? Oh Gott. Ja gut. Ja. Toll. Ich freue mich. Ungemein. Scheiße. Oh. Und ich blöke da so in der vorletzten Folge komplett rum. Das gibt es ja gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Doch beim Kegel. Ähm. Ja. Jut, jut. Hier haben wir ein leeres Fraktionsgebäude. Mhm. Schön. Also müsste das eigentlich mit den nächsten Punkten eigentlich auch noch möglich sein. Also beziehungsweise die, wo jetzt kein Borgia-Turm mit bei ist. Das müsste eigentlich klappen. Aber, naja, gut. Was, was heißt schon eigentlich, ne? Ich sage am besten erstmal gar nichts. So, Leute, hausend dich. Huch. Äh, was machst du? Ja, ja, normal, ne? War alles geplant. Na, ich bin besoffen. So. Bin ich mal echt gespannt, ob wir da jetzt auf diesem Türmchen, auf der Türmchen auch noch drauf kommen. Also zu wünschen wäre es mir. Obwohl, ich wünsche mir schon so viele Sachen, das bringt auch nichts. Also, lass mir das ja. Ja. Wuh. Bleib mal ganz geschmalig und locker da vorne, ne? Verdammt. Er hat doch was zu verwerfen. Ja, hab ich nicht. Hättest ja auch drinnen bleiben können, ne? Aber wenn du nicht hören willst. Oh, der ist sogar schon wieder gefallen. Wunderbar. Ahem. Ne, also mal ein Problem soll es nicht sein. So. Äh, warte mal. Kommt da gerade so eine Idee, was ich ja gerade so von der Seite aus gesehen habe? Ich weiß jetzt nicht, ob das klappt. Entschuldigung. eventuell hier oben drauf. Ja, warte mal. Wir hatten es ja das letzte Mal hier drüben an der Seite probiert. Da sind wir ja nicht weiter hochgekommen. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. nicht. Klappt es so an. Scheiße. Ähm. Ach so kommt man hier drauf. Also so mehr oder weniger. Gut zu wissen. Okay. 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 Vielleicht so. Yeah. Was? Nö, ich habe nichts gesagt. Oh. Meine Güte. Mit, äh, viel Problemen sind wir doch noch hochgekommen. Geile Scheiße. Das freut mich sehr. So. Aussichtspunkt Nummer 5. Wunderschön. Boah, wir haben ja wirklich noch mal wirklich viele Sachen hier zum Preis halten. Alter, Philipp. und was? Ich zeige mal. Zeige mal, ich zeige mal noch mal eben den Borgia-Einfluss. In dem Gebiet, gut, 5 Sterne kannst du vergessen. In dem sind's in dem sind's hier sind's auch 3. Hier sogar nur 2. Müssen wir den vielleicht erstmal machen. Die Frage ist nur, ob wir da jetzt von hinkommen. Borgia-Turm mit, äh, 5 Sternen jetzt einzunehmen. Ich glaube, dat können wir, dat können wir vergessen. Das sind 4, das sind auch 4. Das sind 3. 4. Ist auch noch ein 2er. Hm. Pass mal auf, dadurch, dass ich jetzt nicht weiß, ob wir in dieses Gebiet schon reinkommen können, beziehungsweise reinlaufen können, würde ich sagen, wir versuchen jetzt doch erstmal die nächste Mission zu machen. Und wir können uns dann um die nächsten Gebiete dann so dann kümmern. Weil ich glaube, das war jetzt hier der mit dem 2er, mit der 2er-Schwierigkeit. Pass mal auf. Wir markieren uns mal diesen Ömmel. Stürzen uns einmal hier unten in den Tod. Und wir leben trotz dessen noch. Ist das geil. So, jetzt können wir uns doch bestimmt hier mal schnell hochgedingsen, damit es mal ein bisschen fixer geht hier, ne? Äh, geil. That's nice. Oh, der muss nur, ich komme jetzt hier nicht mehr runter. Du kommst mir überhaupt nicht bekannt vor, weil ich dich noch nie gesehen habe. muss man ja machen, ne? So. Huch. Kardinalspur... Spur pur. Hallo. Warum? Nur weil ich durchs Wasser gehe? Habt ihr was gegen Wasser? Dann sagt's gleich. Ja. Was treibt der Mann dazu, sich so zu bewegen? Ja, das verrate ich nicht. Bin ein geiler Schlawutzki und deshalb mache ich das ja auch. Ja, gut. Das, äh, lassen wir jetzt mal so da hingestellt, ne? Leute machen ein bisschen aus dem Weg hier, ne? So. Okay. Willkommen in der Rosa in Fiore, Fremder. Salve. Wärt ihr so freundlich, die Dame des Hauses zu holen? Madonna Solari ist nicht da. Wisst ihr denn, wo sie ist? Ich... Aiuto, aiuto! Madonna Solari! Lucia! Wir dachten, du hättest uns verlassen. Die Männer brachten uns auf ein Schiff. Mich ließen sie gehen, aber... Wer brachte euch auf ein Schiff? Sklavenhändler, Missere. Bei der Isola Tiberina. Sie verlangen ein Lösegeld im Austausch. Ich hole sie zurück. Oh Gott. Das nötige Geld abliefern, um die Besitzerin der Rosa in Fiore aus den Händen der Slavender zu befreien. Volle Synchronisation. Nicht schwimmen! Ähm... Ja, gut. Okay, nicht schwimmen. Das Lösegeld zu zahlen. Na, Hauptsache, das ist jetzt nicht so viel, wenn der jetzt 5000 haben will. Ich hab nur 4500 dabei, ne? Also, das geht nur mit Leuten, die jetzt hier, ich sag mal, in der... in der Gosse hier rumstehen. Sagen wir's mal so. Danke! Ja, Leute, ich brauche eben das Geld. Tut mir leid. So, ähm... Wir sollen ja nicht schwimmen. Ähm... Ja, ich hieß früher heller. Ist ja von Sinn. So, danke. Ja, so, Leute, ich brauche die Kohle. Ist wichtig. Danke. Oh, ja, ich weiß, ich bin fies, aber... Es lohnt sich gerade irgendwie. Ich weiß auch nicht. 899... Was? 879 Florin hatte der dabei? Hab ich das gerade richtig gesehen? Nein! Muss ich, glaube ich, öfters mal machen. Alter! Macht doch gar nichts. Ich guck mir nur die schöne Stadt an. Oh, yeah. Hat der gerade 879 Florin dabei gehabt? Alter! Ich schmei... Ich vorhatte sagen, ich schmeiß mich weg. Ich schmeiß mich echt weg. Das ist ja unfassbar. Danke. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Ach, ist das jetzt hier in einem Gebiet... Ach, da ist ein... Scheiße. Da ist ein Bordia-Turm. Ach so, ich dachte, der steht jetzt gerade da vorne. und jetzt wollte ich gerade schon einen Angriff hier auf diesen Bordia-Turm machen, aber... Nee, komm. Lassen wir lieber. Seid ihr wegen der Hure hier? Ayutate mi! Ich habe euer Geld. Lasst sie gehen! Nein! Wendet euch an Césare! Hammerleicht, Moment. Der wechselt irgendwie jedes Mal auf die versteckte Klinge oder auf Fäuste. Angriff! Passiert! Ähm... Hallo? Hallo? Verwägung! Genau. Verwägung! Danke! Danke! Ihr müsst mich nicht töten! Ich gehe einfach! Schnell! 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 Ach, warte mal! Schwierigkeit 4! Wir haben ja gerade schon hier so ein paar, äh... Typsies, äh... Gedings, ne? Warte mal eben! Wir gehen ja nicht schwimmen! Oh, hier bin ich! Äh... 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 Der geht ja bestimmt gleich wieder zurück, ne? Hoffe ich mal! So, einmal auf das... Schwert wechseln... Höy! Höy! So! So, warte mal! Was hat denn der für Geld dabei? Geil! War das er oder... Ne? Hä? Oh, ja! Gut! Mhm! Der lebt doch aber noch! Hier, Kumpel! So, danke! Sehr freundlich! Mensch, damit haben wir den nächsten, äh... Also, einen von den... Ersten... Bordia-Türmen alleine eingenommen! Und das war jetzt, glaube ich, Schwierigkeitsstufe 4, oder? Oder bin ich da jetzt falsch? Ich... Ich habe leider den... Über... Oh Gott! Den Überblick ein bisschen verloren! Ich weiß, wir müssen, glaube ich, hier drüben drauf! Nö. Margret, tu dat note. Wie gesagt, die Mission machen wir sofort weiter, ne. Also mach doch nochmal, bitte keine Sorgen, bitte keine Sorgen, bitte keine Sorgen. Ähm, ja. Ah, guck mal, hier kommen wir weiter nach oben. Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich sehr. So. Oh, das war... Oh! Okay. Ja gut, ne. Wurde renoviert, nun können sie Gebäude renovieren. Geil. Mensch, haben wir jetzt mal ein bisschen was geschafft. Ist doch auch schön. Hey, was wollte das denn alles? Wollte nicht. Ich hoffe, wenn du durch die Gegend. So mehr oder weniger. Klaue doch die armen Leute nicht. Ich doch nicht. Hallo? Wo? Wollen wir nie erlauben. Ähm, körperliche Regungen in der Öffentlichkeit. Tschüss. Ich weiß, dass das arm ist, aber... Es macht einfach zu viel Spaß. Es tut mir leid. Ich als Kegel darf mir das mal erlauben. Bin sonst immer so lieb. Dann darf ich das ruhig mal hier so gelingsen. Ne? Lass mich doch auch mal. Lass mir mal ein bisschen meinen Spaß. Danke. Da kann man natürlich auch gut das Geld zusammenkriegen, wenn man hier in die Stadt rechnen will. Ähm, das ist Wasser. Ne, Moment, Moment. Ah, da muss ich ja wahrscheinlich die Dinge drüber nehmen. Und, Moment, oh. Weil wir dürfen ja in dieser Aufgabe nicht schwimmen. Und genau deswegen meide ich das Wasser. Naja, was soll das schon? Äh, ich gehe hier durch die Straßen. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Lass mich mal bitte gucken, ob keiner guckt. Auf jeden Fall käme ich das mal eben. Aber nicht doch. Macht auch überhaupt keinen schlechten Eindruck, wenn ich jetzt total wegklaufe. Fällt überhaupt nicht auf. Nö, nö. Ist ja normal. Für die Sünde des außerehrlichen Küssens wurde auf 1000 Floriden festgesetzt. Hi. Danke. Danke, Leute. Medall für alle. Ich zieh mal weiter, ne? He, 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 he. Ach, ja. Das ist eben das Problem, wenn man da die Möglichkeit zu hat und man genau weiß, welchen Knöpfen man drücken muss. Bei Assassin's Creed 2 habe ich das, glaube ich, so gut wie gar nicht gemacht. Weil ich da irgendwie immer, ja, ich glaube, aus Glück dann mal die richtige Taste gedrückt habe. Was aber auch sehr selten passiert ist. Ähm. Hier nach hinten, ja, was? Hallo? Ähm. Was? Ach, guck mal. Also, komm, die. Also, die, ne? Also, das geht ja nicht. Das ist... Können wir nicht so stehen lassen hier, ne? Einmal Muskat. So. Ach, guck mal. Nehmen wir mal hin. Mensch, passt ja. Mutter? Schwester? Ezio. Sir Machiavellis sagte, du wärst vielleicht hier. Was macht ihr hier in Rom? Wurde Florenz angegriffen? Nein. Oder eher, ich weiß es nicht. Wir waren nicht in Firenze. Warum? Ezio, wir wollen helfen. Ich wollte euch helfen, als ich euch nach Florenz schickte. Wo ist Madonna Solari? Sie ist tot. Merder. Was nun? Müssen wir jetzt schließen? Ihr schließt nicht. Ich brauche euch. Messere. Wenn niemand die Geschäfte führt, sind wir am Ende. Ich tue's. Du gehörst hier nicht her, Claudia. Ich weiß, wie man ein Geschäft führt. Onkel Marius führte ich Jahre. Dies ist anders. Welche Alternative hast du, Ezio? Wenn du es machst, Claudia, bist du ganz allein. Ich war die letzten 20 Jahre allein. Bene. Ich plane, das Bordell herzurichten. Hier sieht's ja schlimm aus. Und ich will, dass die Dirnen Katharina Sforza finden. Du kannst auf uns zählen. Mit dem Architekten sprechen, um die Rosa in Fiore mit den 2500 Florinen von den Slawienern zu renovieren. Okay. Äh, ja, Moment, Moment, haben wir das. Ja, es ist sofort erledigt. Warten Sie mal bitte. Moment, ja, bin doch schon da. Hallo, guten Tag, guten Tag. Ja, hier, äh, verfügen die Rosisand über eine markierte Präsenz in Rom, was Ihnen beim Kampf gegen die Bordia zugute kommt. Geil. D'accord. Arrivident. Wunderschön. Hi, Schätzelei. Willkommen in der Rosa in Fiore. Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Rom. Wahrscheinlich unser Seinste. Mein Geld ist gut angelegt. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Viel bringst du ihnen nicht bei. Du kannst es besser? Nessun problema. Ezio, die Bordia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ich werde es mir merken. Sonst noch was? No. Ezio. Habt ihr Katharina gefunden? Wir arbeiten daran. Ben, besuch mich auf der Isolativerina, wenn du etwas erfährst. Schwere Verhandlungen. 100% Synchronität. Ja. Sehr nice. Und ich glaube, ich muss schon wieder einen Schlitten machen, weil ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir hatten 48... Oh Gott, ich glaube, wir haben jetzt schon knapp 40 Minuten zusammen. Das ist ja Wahnsinn. Mit Maria reden, um Aufträge der Kortisanen zu erhalten. Äh, ja, das können wir dann ja auch so nebenbei nochmal gelingsen, ne? Renovierend Gebäude. Statt das Einkommen, besuchen sie eine Bank, um die Gewinne abzuheben. Okay. Eine Erinnerung an Christina verfügbar. Ich will nochmal ganz kurz rum, bevor ich jetzt die Folge beende. Was steht denn? Kortisanen-Gelde. 0 von 10 Mal Kortisanen eingesetzt, um Wachen abzulenken. 10 Gegnern durch Untertauchung in der Menge oder Verstecken entkommen. 0 von 20 Feinde auf Wachbusten mit der Armbrust-Elemente, ohne entdeckt zu werden. Oh Gott. 0 von 5 Leichen in Brunnen oder Heuhaufen versteckt. 15 Wachen vergiftet. Alter! Das ist, äh, ja, reichlich. Wunderbar. Alles klar. Gut, dann, äh, wie gesagt, mein kurzer Schnitt und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Ja, bis gleich!